Hallo und herzlich willkommen hier bei Euromodewander gegen den Darzen-Meister gegen Annard aus Mürv. Natürlich wird man wieder mit den Mutti-Bären, er ist zurück, das Comeback des Jahres. Richtig, Comeback des Jahres. Das dritte, vierte Comeback, es kommt jedes Jahr ein Comeback. Genau, jedes Jahr kommt es ein Comeback. Wer kommt nächstes Jahr dann zurück? Stefan, oder was? Keine Ahnung, der gibt es hier noch. Stefan, wer ist Stefan? Ich weiß nicht, dieser Stefan. Ja, wer ist dieser Stefan? Ich kenne ihn nicht. So, das war's, was? Ich habe nicht geguckt, was es war. Terraner, glaube ich. Ich habe auch nicht geguckt, was es war. Rhodos Terraner. Rhodos Terraner. Enard aus Mürv. Ähm, ja, ich bin wieder da. Ich hatte wenig Zeit. Verdammt wenig Zeit. Verdammt verdammt wenig Zeit. Also, er hatte wirklich wenig, wenig Zeit, ja. Wenig Zeit, ja. Richtig wenig Zeit, also... Weil... Müsst du sagen, keine Zeit. Genau, und... Der ist jetzt aus dem Welpenalter raus. Und, ja. Dann hat er einfach keine Zeit, wenn man sich einen Welpen zulegt. Das ist einfach so. Machst du dich jetzt plötzlich wohl gebaut, oder? Mit Ausschau, ey. Und... Das ist wie, wenn man sich ein Kind zulegt. Ja. Keine Zeit. Einfach keine Zeit. Also mach das bloß nicht. Aaaaach. Mach gleich vorne dicht, ey. Ne, oben. Ne. So, ich nehme 20, also ich mache Exe. Ja, ich habe auch schon geexed. Cool, eigentlich müssen wir Doppelgate spielen, wir haben mit dem Protoss-Spieler dabei. Ja, spielen Doppelgate. Ach, ich habe keine Ahnung mehr. Das ist okay. Ich habe auch nicht viel Ahnung. Gucken, ob es für Meisterspieler reicht. Eigentlich nicht. Ah, der Exe-Terraner. Frühe Exe. Mhm. Da kommt eine Sonde rein. Und ich habe natürlich meinen Kybernedi-Kern vergessen. Sehr schön. Das ist richtig gut, das ist... Reißer Herr, ne? Wir brauchen mehr Mineralien. Das ist episch. Ich nehme einfach mal die dritte jetzt noch nebenbei, weil, ne? War eine Exe. Kann ich auch wechseln. So, na gut. Ich muss jetzt mal wieder reinkommen ins Spiel, also... Wir haben zwar gestern schon mal eine Runde gezockt. Aber... Irgendwie... Bin ich da gar nicht dran. Das läuft nicht, das läuft nicht bei dir. Wir brauchen mehr Mineralien. So viel Mineralien, ich gehe jetzt Echsen. Aber ich muss erstmal Stalker bauen. So, wir müssen es laufen. So, und jetzt muss ich Echsen. Ich komme eh Flieger bei der Meppe. Eigentlich... Eigentlich wäre das... Eigentlich wäre das voll sinnvoll. Na, findest du grad deinen Ovi? Warum fliegt er da auch hin? Ich kann sie grad hier nachbauen. Wir brauchen mehr Mineralien. Wir brauchen mehr Mineralien. Oh, er könnte überleben. Er hat überlebt. Wir brauchen mehr Mineralien. Ich gehe mal vorgucken, wenn wir ihn zuerst haben. 27 HP hat er noch. So, jetzt brauche ich mal eine Echse, weil der... ...Turst hatte nämlich, glaube ich, keine Echse. Wir brauchen mehr Mineralien. Wir brauchen mehr Mineralien. Keine Echse. Nein. Das ist nicht gut. Nicht genügend Energie. Na, guck. Hm, Bunker. Woll ich nicht mehr rein. Kommen auf jeden Fall Fahrzeuge. Wir brauchen mehr Mineralien. 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 Was wollen wir da nun tun? Wollen wir da zwei base Cooking oder ... Wer sind wir wahrscheinlich? hat er noch keine panzer problem wahrscheinlich hier oben müssen ja bei mir und bei dir da habe ich kein boot stauer ich habe gerade kein oben in der nähe wenn ich morfen kann nix höchsten meinen ich brauche gas unsere streitkräfte werden unsere drohnen werden angegriffen sind sie denn hier unten ja das hat schon so viel damage gemacht ein paar publische dt's naja dt's ist halt auch ein all in dafür hat er keine exe können wir jetzt im go versuchen ich muss erstmal einen oben bauen ich will mal gucken was sie haben nein haben nichts vorne können wir nicht im go machen ja gut fans haben und tore und die modell das ist kein gas das habe ich ohne bock bin noch eine exe nehmen wir brauchen mehr oben und belohnt nach man merkt dass lange nicht mehr gezockt habe so ich bin immer noch ein bisschen upgrade nebenbei und brauchen wir noch ein paar queens hier panzer stehen auf jeden fall schon da panzer sind scheiße ja ja ich komplett auf flieger gehen so gegen tore warum nicht mehr minerales die komplette flieger wir brauchen mehr mineralien das ist alles gas ich habe kein gas ich kann dir 100 geben hier da kommt ein cycler da kommt alles oh alles was wir haben wir haben nicht viel jetzt stehen die panzer drauf die t ist dabei die t ist dabei wie lange wir brauchen mehr mineralien wir brauchen mehr mineralien wir brauchen mehr mineralien wir brauchen mehr mineralien hast du noch rum? ja ich komme jetzt wieder hoch die paar tore kriegen wir schon weg die sind ja auch nicht billig die kosten auch nicht auch richtig teuer für die das ist nicht gemein warum nicht so das haben wir das haben wir halt was kommen aber erst mal noch mehr overlords die machen wir mit einer exe naja muss ich jetzt mal die rocks freimachen dann ist mir das zu gefährlich eigentlich nur durchhalten wenn du 200 bist so was machen die bis mal noch nicht ne aber ich bin jetzt kompletter flieger das ist ja gut eigentlich nur durchhalten wenn du 200 bist ne naja wenn gescannt kommen sie und unsere verbildeten befinden sich im kampf wir brauchen mehr mineralien ohne panzer auch kl congregation ach ja das ist ja 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 ist ja es ist ja alles ja alles was hab ich sagen wenn du Die Basis unserer Verbündeten wird bedroht, Mineralienfeld erschöpft. Die sollte man überhaupt abräumen können, oder? Die Tore wenigstens noch. Naja. Tore sind auch gar nicht ohne, ne? Nee, machen ordentlich Splash-Damage. Oh, jetzt kommen noch Drops hinten rein. Musst aufpassen, die droppt jetzt unsere kompletten Echo-Lines. Mit Charge-Bersen, ey. Ja, das ist wohl vorbei. Die Tore sind einfach nur zu hart. Und der andere, guck mal, der hat schon 3 Upgrades, ne? 3-1-2. Nein, ich seh's. Noch die Tees drinne. Ja, gegen die hab ich jetzt nischt mehr. Die haben ja alle meine Oberlohrzwecke gehäumt. Ich weiß nicht mehr welche berufen, aber... Ich krieg grad meine Echo. Ja, die 3er Upgrade, das ist so krank. Die Basis unserer Verbündeten drohten sich im Kampf. Die Basis unserer Verbündeten drohten sich im Kampf. Das ist vorbei. Alter, was haben die denn für... Mittlerweile für Anti-Luft? Die Tore sind doch Anti-Luft. Die sind übelst hart geworden, die Tore. GG, da kann man rausgehen. Das ist vorbei. Ja, ich hab auch Mist gespielt, seit ich. Ja, nach langer Zeit mal wieder. Ja, nach langer Zeit mal wieder. Ist okay. Ja, die 1 ist doch okay. Für die 1 reicht's immer noch. Also dann, bis zur nächsten Folge. Bis dahin, tschüss, tschüss. 10 bis 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 bis. Spенер американ qui caiert der reviscioniert war Schaden Ampzug aus, 10 bis 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 отнош closed mit уп– Untertitelung des ZDF, 2020